Vom 15. bis 28. März finden dieses Jahr zum wiederholten Male die Wochen gegen Rassismus statt. In Münster können unter dem Motto Solidarität grenzenlos zahlreiche Workshops zum Thema Rassismus besucht werden. Die Teilnahme erfolgt durch eine vorzeitige Anmeldung bei den OrganisatorInnen der einzelnen Workshops, deren Angebote und Kontaktdaten im Programmheft auf den Seiten der Stadt Münster zu finden sind. Zu den Anbietern und Kursen gehören unter anderem Workshops zur Erkennung von rassistischen Strukturen und Verhalten für Menschen ohne Rassismuserfahrungen, Empowerment-Veranstaltungen für Menschen mit Rassismuserfahrung und Kulturangebote ohne Reproduktion rassistischer Stereotypen. Einige der Workshops finden online, manche jedoch in Räumlichkeiten der Universität oder an anderen Orten statt. Die Workshops sollen dazu dienen, gesellschaftliche Wissenslücken zu schließen und Verknüpfungen von Netzwerken zum Abbau von rassistischen Strukturen zu erreichen.